Das ist das Reich von Uli Geiger, der dem Weißblech-Virus vor über 80 Jahren erlegen ist und der immer noch mit diesem Werkstoff arbeitet. Alles dreht sich bei ihm um die Spur Null und ganz außergewöhnlich, diese Anlage selbst ist noch gar nicht so alt. Also ich habe angefangen im März letzten Jahres, weil ich da keine Möglichkeit hatte zu musizieren oder Chor oder Orchester zu leiten, habe ich gedacht, das ist genau die Zeit, jetzt wird gearbeitet. Ich habe dann ein halbes Jahr etwa gearbeitet, erst einmal die Ständer alle gebaut, dann die Module, immer etwa ein Quadratmeter dicke Platten. Ich habe eigentlich jeden Tag so acht bis zehn Stunden gearbeitet dran. Und die gedankliche Vorarbeit habe ich eigentlich schon in vielen Nächten vorher erledigt, weil mir schon etwa klar war, wie das sein musste. Es musste in der Mitte ein großer Bereich sein, der von allen Seiten bespielt werden kann. Deswegen habe ich keinen Gleisbildstellpult gebaut oder eine Bedienung, eine Einmannbedienung, sondern jede Weiche, jedes Teil wird genau dort gesteuert, wo es zu sehen ist, sodass mehrere Leute gleichzeitig immer spielen können. Beispielsweise ein gemeinsamer Spielspaß mit der Enkeltochter Kinga und dem Märklin-Schrankenwärter, der pflichtbewusst bei jedem vorbeieilenden Zug sein Häuschen verlässt und ans Gleis eilt. Dieser Schrankenwärter wird ursprünglich für Märklin mit 20 Volt Wechselstrom angesteuert und drum dann erheblich. Und ich habe festgestellt, dass der Schrankenwärter mit Gleichstrom und neun oder zehn Volt fast leise seinen Dienst tut. Aber so richtig leise kann es gar nicht sein, denn hier rattern Spur Null Raritäten aus mehreren Jahrzehnten vorbei. Manche sind Neubauten, manche Sachen schon 80 Jahre oder älter. Und alles bestens in Schuss. Du bist die Kinga, du bist die Enkeltochter vom Uli, gell? Ja. Und was machst du hier? Ich habe Opa geholfen, das aufzubauen alles. Und ich habe die Figuren alle hingestellt. Und die Kabel. Ja, die Kabel verlegt, gelötet. Und Stecker montiert. Und Stecker montiert. Und wie hast du das alles gelernt? Opa hat es mir erklärt. Opa hat es dir erklärt und hast es dann gemacht? Ja. Und dann hast du die Stirnlampe aufgehabt unter den Platten und hast dann von unten mir signalisiert, ob ich das jetzt anschließen darf, ob es tut oder nicht. Und es war recht lustig immer. Also ein gutes Team. Ja, ja. Tief in seinem Herzen ist Uli Geiger immer noch ein Kind, ein Junge, der mit Begeisterung spielt. Und die Enkeltochter folgt ihm. Sie kann nicht nur wunderbar helfen und ihn in der Arbeit unterstützen, sie steuert auch die Fahrzeuge ganz perfekt. Beispielsweise die Straßenbahn. Das ist nach dem Nördlin-Modell. Und dann haben wir hier gebaut. Und fährt normalerweise im Pendelverkehr, im Stadtverkehr von einer Handelstelle zur anderen und dreht dann um. Pendelverkehr ist das eine. Jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger. Vier grün? Grün, ja. Grün. Ne, halte mal. Grün, rot, muss drücken. Rot. War auf rot. Alles rot. Neun. Machen wir unten oder oben? Also guter schon. Halte mal. Ja, mach gerade. Auf grün, die neun. Ja, wo ist die neun? Da. Auf rot. Auf grün. Jetzt, ja. Weiter. Machen wir unten oder oben? Da. Also die Güterspielstrecke. Dann brauchst du 15. Auf grün, das ist rot. Alles klar. 15, jetzt kommt 16. 16, rot. Das ist rot. Jetzt kommt 19. Rot. Halte. So, Hanne. Hier. Rot. Und jetzt ist eine Legende unterwegs. Das Märklin-Krokodil. Es ist zwar nicht von Märklin, sondern eine Replika von her. Aber im exakten Stil von Märklin gebaut. Einfach eine Augenweide, diese Maschine. Uli Geiger hat es geschafft, einen perfekten Bogen zu schlagen zwischen den Replikas im Märklin-Stil, den alten Tinplate-Schätzen und dem Einbeziehen der neuesten Modellbahntechnik. Das Flair ist erhaltend. Und jetzt kehren wir dem Zug und dem Krokodil den Rücken und wenden uns einer süßen Spezialität von Kinga zu. Das ist der Schokoladenzug. Das ist der Schokoladenzug. Das ist der Schokoladenzug. Mhm. Der Schokoladenzug ist auf dem Weg in den Büterbahnhof zum Entladen. Einer Spezialität von Kinga. Oh, der ist ja viel Schokolade. Aha. Und jetzt? Genau. Sag, was du machst. Also jetzt drücke ich auf den Knopf und der fährt vor. Wenn ich oben beim Drehen drauf drücke, dann dreht er sich nach rechts. Ja, beim Ausleger, wenn man oben drauf drückt, geht es hoch und unten runter. Ja, beim Ausleger, wenn man oben drauf drückt, geht es hoch und unten 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 drückt. Und wie oft spielst du damit? Ähm, manchmal, wenn ich hier bin. Und isst du dann die Schokolade auch? Manchmal. Aber man darf die Schokolade nur nehmen, wenn man sie sich selber herausgeholt hat, mit dem Kran. Ja. Da besteht der liebe Opa Uli drauf, der gedanklich schon beim Übergangssteg ist, den er mit Lichtsignalen versehen hat. Also ich habe in die übliche Merklin-Brücke, das ist die Spur 1 Übergangssteg, habe ich für drei Gleise gleichzeitig die Laternenköpfe angebaut, in der gleichen Art wie sie Merklin im normalen Lichtsignal hatten. Und die Elektronik ist im Fußteil eingebaut, ist jetzt zwar nicht angeschlossen, aber ich könnte mit dem Betätigen der Signale, könnte ich die Gleise steuern. Uli Geiger ist ein Feingeist, nicht nur bei der Musik, auch beim Modellbau. Uli Geiger sagt von sich selber, dass er schon im Kindesalter den Anreiz hatte, Zubehör zur Eisenbahn selber zu bauen. Er hat Bahnsteige gefertigt, Häuschen gebaut, Lampensignale, Tunnel und später auch, als er dann erwachsen war, Lokomotiven, Wagen und Gleise. Aber alles aus Blech. Kunststoff, so sagte er mir bei den Dreharbeiten, kommt mir nicht ins Haus. Und das ist der größte Schatz von Uli Geiger, ein Bahnhof von 1904, ein prachtvolles Gesamtkunstwerk. Einmal ist dem Perfektionisten Uli Geiger ein kleiner Fehler unterlaufen. Er hat sich um einen Zentimeter verrechnet, als es um die Vitrinen geht. Da müssen die Bügel der E-Loks ziemlich nach unten gedrückt werden. Aber genial, wie er ist, hat er auch dieses Problem gelöst. Und jetzt kommt sein genialstes Bauwerk. Dieses Modell stammt von mir, ich hande Arbeit. Und zwar nur ein Teil stammt aus dem Merklin-Programm. Das ist der Schienenzeppelin, ein Nachbau dieses Versuchsfahrzeuges, das in den Anfang der 30er Jahren vom Ingenieur Kruckenberg entworfen wurde, um die Bahn wesentlich schneller zu machen. Merklin hat es als Spielzeug gebaut gehabt. Dieses Teil stammt von Merklin und der Vorderteil. Und da das so plump und spielzeughaft aussah, habe ich es auseinandergesägt in der Mitte und so viele Teile eingebaut, um eine ansprechende Länge zu bekommen. Etwa angelehnt an das selbe Fahrzeug in Spur 1, das Merklin recht naturgetreu gebaut hat. Das Problem war nun, ich wollte unbedingt dieses Fahrzeug mit dem Propeller praktisch wie ein Flugzeug bedienen. Das heißt, kein motorischer Antrieb auf die Räder. Dazu war notwendig, dass man die Räder mehr Präzisionskugellager eingebaut hat. Wenn man die einmal anschiebt, laufen sie fast eine Minute. Und das nächste Problem war, dass der Schleifer möglichst gewichtsfrei und völlig spielfrei läuft und auch mit drei Kugellagern bestückt ist. Und das funktioniert jetzt mit einem kleinen Motor, der 15.000 Umdrehungen in der Minute macht. Und das Fahrzeug tatsächlich wie einen Flieger auf Schienen fahren lässt. Meines Wissens ist es in dieser Spur das einzige Modell, das jetzt existiert, aus Blech. Also mit erheblichem Gewicht. Wessentlich einfacher wäre es, dieses Fahrzeug aus Styropor zu bauen. In wenigen Sekunden wird der Propeller-Triebwagen des Ingenieurs Franz Kruppenberg auf seiner Rekordfahrt von Karstern nach Württemberg mit über 230 kmh auf unserem Bahnhof durchrasen. Bitte treten Sie weiträumig zurück, um nicht vom Sog des Propellers erfasst zu werden. In wenigen Sekunden wird der Propeller-Triebwagen des Ingenieurs Franz Kruppenberg auf seiner Rekordfahrt von Karstern nach Württemberg mit über 230 kmh auf unserem Bahnhof durchrasen. Bitte treten Sie weiträumig zurück, um nicht vom Sog des Propeller verfasst zu werden. Und hier rast er auf 32 mm breiten Gleisen durch die Modellwelt. Der Schienenweltrekordler von 1930 mit 230,2 km pro Stunde. Ein Weltrekord, der 24 Jahre gehalten hat. Leider war der Schienenzeppelin ein ungeliebtes Kind der Reichsbahn. 1939 wurde er bereits verschrottet. Aber 80 Jahre später entstand er als Modell neu. Ich schalte jetzt den Strom ab, sodass das Fahrzeug allein weiterfährt. Was für ein Auslauf, was für ein geniales Fahrzeug. Darauf einen Tusch. Damit hat auch schon der kleine Uli geläutet. Aber im Gegensatz zu Kinga hat er keine Hühner. Da sind Hühner und oben sind Hähne drin. Wir können auch das Dach aufmachen. Unten sind Hühner und oben sind Hähne. Mach mal auf. Dann lass ich das Dach drin. Das geht nicht. Nee, das Dach geht nicht auf. Das ist zu schwer. Aber das sieht man noch an. Da muss ich nämlich jeden Tag nach Ihren Hühnern. Sind das deine Hühner? Ja, meine und Klaras. Okay. Es ist vielleicht gerade etwas untergegangen. Kinga hat ihrem Opa den Auftrag gegeben, dass er jeden Tag nach den Hühnern gucken soll. Nicht, dass aus Versehen eins weggeflogen ist. Aber alles ist in Ordnung. Auch die Hähne sind noch alle da. Ebenso ein technisches Kunstwerk. Und das da, die gibt es nur zweimal in Europa. Okay. Ein Original aus Ungarn, das aber Märklin nie zu bauen gewagt hat, weil es viel zu kompliziert ist. Und die habe ich nachgebaut, habe sie noch verfeinert und ein bisschen gesuppert. Inzwischen ist es so, dass bei dieser Weiche 14 Teile mit einem Druck auf den Magnetauslöser gleichzeitig bewegt werden müssen. Okay. Jetzt, ich darf das mal vorführen. 14 Teile, das sind 8 Weichenzungen. Dann 4 Herzstücke, bewegliche Herzstücke, plus die Betätigung der Weichenlaterne und noch die Umschaltung. Und alle 14 Teile werden mit demselben Magnet gleichzeitig bedient. Das heißt, kinematisch ist es ein ziemliches Hexenwerk gewesen. Machst du mal. Und jetzt nochmal. Diese Weiche ist genau exakt in der Märklin-Geometrie gebaut. Passt also exakt in die Märklin-Anlagen der Modellgleis-Geometrie. Und es gab nur ein Exemplar in Europa von dieser Weiche, die von einem Laszlo-Tod aus Ungarn gebaut wurde, so wie sie wahrscheinlich Märklin gebaut hätte. Es sieht aus, als ob alles Metall wäre, aber die Grundplattenkonstruktion ist aus Sperrholz, dreistöckig gebaut, weil ich verschiedene Bewegungsbahnen brauchte, um die Betätigung von den Herzstücken und von den Weichenzungen zu realisieren. Und die Weichenlaterne ist von der ersten H0-Kreuzweiche übernommen. Ganz schwierig war, die Bewegungsrichtung quer zur Schienenrichtung in eine Drehbewegung nach oben umzusetzen, sodass die Anzeige auf der Weichenlaterne genauso gezeigt wird, wie die Weiche steht. Für die Weiche wurden mir mehrfach 500 Euro geboten, wenn ich sie nochmal bauen würde. Aber meine Frau war da nicht ganz mit einig. Verständlich. Der Bau der Kreuzungsweiche hat Monate gedauert. Ich könnte eigentlich alle Maschinen fahren lassen, die sind alle lauffähig, aber ich möchte einfacher drankommen. Dann habe ich mir einen extra Fahrtisch gebaut, mit dem ich jegliche andere Maschine direkt abholen kann. Lockschätze auf dem Rollbrett. Die habe ich selbst gebaut, die BR45. Da habe ich die Rohteile von jemandem bekommen, der sie nicht mehr bauen wollte und ich habe sie fertig gebaut. Dann, diese Maschine ist vom Chefkonstrukteur von Zeiss Icon auf dem Küchentisch gebaut worden. Es ist eine Echtdampfmaschine, die mit Gasfeuern funktioniert und mit Fernsteuerung. Die anderen sind meistens Repliken von hier, weil die einfach schöner laufen als die ursprünglichen alten Merkel-Maschinen, die bei mir in der Vitrine stehen. Mit dem fliegenden Hamburger geht es jetzt zu einem großen Fest. Ich habe da eine Hochzeit aufgebaut und da kommen noch mehr Leute. Sieht man hier, der läuft da mit ganz viel Gepäck rum und die kommen auch. Und die alte Oma hat sich aus Versehen in das Blumenbeet reingesetzt, da. Den kann sie auch nicht mehr richtig, sonst hätte sie sich nicht dahin gesetzt. Okay, also ein bisschen witzig muss alles sein. Mhm. Wo ist denn das Brautpaar? Da drin, ja. Die sitzen... Sieht man nicht. Die sitzen im Bus. Ja. Der Bräutigam und sein Schätzchen sitzen im Bus. Die Schätze von Uli werden wieder unter den Tisch geräumt. Und jetzt gibt es noch einen anderen Schatz, der losfahren soll. Uli, der Modelleisenbahn 1000 Sasser in der Spur 0. Er schaut mit Begeisterung auf das, was er geschaffen hat. Es ist ein Lebenswerk und zwar ein sehr lebendiges, ein dreidimensionales, bewegliches und bewegendes Denkmal. Großartig. Mit einem kleinen Mangel bzw. einem Hindernis. Meine Frau hat natürlich darauf gewartet, dass ich endlich mal die Brücke, die Klappbrücke baue, dass man da geschickt reinlaufen kann. Aber nachdem das sieben Gleise waren, hat sich das als völlig unmöglich erwiesen. Und jetzt muss eben jeder unten durch. Und jetzt sagen manche Leute, ja, wenn du mal da nicht mehr durchkommst, was machen wir dann? Dann muss ich sagen, vielleicht gibt es da eine Wegele, wo mich jemand durchführen könnte. Dem verschmitzten Opa und seiner gelehrigen Enkeltochter wünsche ich noch viele schöne Spielstunden. Wo sind wir jetzt alle zusammen? Ja, begin ich. Aber toll das sindré.